In der 18. Staffel Bauer sucht Frau fand Landwirt Arne, 31, in seiner Antje, 31, die große Liebe. Fans und Follower zweifelten im Netz jetzt allerdings an der Geschichte der beiden Turteltauben. Bauer sucht Frau, Happy End bei Arne und Antje Landwirt Arne und seine Antje gelten als das Traumpaar der 18. Staffel Bauer sucht Frau, zwischen dem Milchbauern und die Fußpflegerin knisterte es bereits beim Scheunenfest und auch bei der gemeinsamen Hofwoche kamen sich die beiden Turteltauben immer näher. Im großen Finale und beim Wiedersehen mit Inka Bause teilten die beiden bereits ihre Zukunftspläne. Dabei erklärten Arne und Antje, dass sie eine gemeinsame Wohnung auf dem Hof für sich renovieren würden und dass die 31-Jährige schon bald auch im Betrieb des Milchbauern als Mädchen für alles anfangen wolle. Auch Hochzeit und Kinder seien bei den beiden bereits in Planung. Antje erklärte rührend. Ich war vorher so ziellos und habe mich oft gefragt, was hat dieses Leben für einen Sinn. Dann kam Arne und ich hätte nie gedacht, dass sie so etwas Tolles entwickelt. Bauer sucht Frau, große Zweifel Was nach einer märchenhaften Liebesbeziehung klingt, sorgte im Netz jetzt allerdings für Gegenwind. Unter einem Posting von Antje via Instagram machten sich in den Kommentaren jetzt erste Zweifel an der Echtheit ihrer Liebe breit. Eine Followerin erklärte. Wenn das auffliegt, dass das alles wieder mal ein Fake war, dann ist nix mehr mit der Vermarktung eurer Produkte. Was da abläuft, ist nicht natürlich, große Liebe von 0 auf 100, dann gleich ins Geschäft einsteigen. Wer soll euch das abnehmen? Bauer sucht Frau Antje Eindeutiges Statement Weiter hieß es, dass ihr euch vorher nicht gekannt habt, will ich nicht glauben. Autsch! Ist die Liebe von Antje und Arne also wirklich nur ein Fake? Die 31-Jährige äußerte sich im Netz bereits zu den Kommentaren und erklärte. Ich weiß, dass ich Arne vorher nicht gekannt habe. Wir hätten uns nie kennengelernt, zu 99% überhaupt nicht und ich bin so froh, dass ich ihn gefunden habe über Bauer sucht Frau. Was für schöne Worte, die eindeutig danach klingen, als hätten Arne und Antje dank Inka Bause und Bauer sucht Frau tatsächlich die große Liebe gefunden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.